Hallo zusammen, wir haben hier eine Metalhead Charge 2016 und über Metalhead allgemein ist schon genug gesagt worden. Ich denke, die meisten von euch kennen die auch, falls nicht, im Internet gibt es so viele Videos darüber. Ja und diese 2016er Charge, die jagen wir jetzt draußen mal hoch. Das war's. Das war's. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.